Ein Schneidbrett ist ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Küche. Es handelt sich dabei um eine flache, stabile Oberfläche, auf der Lebensmittel vor dem Schneiden, Hacken oder Zubereiten platziert werden. Es dient nicht nur dazu, die Arbeitsfläche zu schützen, sondern auch dazu, die Klinge der Messer zu schonen. Es gibt verschiedene Arten von Schneidbrettern, darunter solche aus Holz, Kunststoff oder Bambus. Die Wahl des richtigen Schneidbretts hängt von der Art der Zubereitung ab, da bestimmte Materialien besser für bestimmte Lebensmittel geeignet sind. Ein hochwertiges Schneidbrett fördert nicht nur die Langlebigkeit der Messer, sondern auch die Hygiene in der Küche, indem es leicht zu reinigen ist und das Wachstum von Bakterien minimiert. Insgesamt ist ein Schneidbrett ein unverzichtbares Utensil, um effizient und sicher in der Küche arbeiten zu können. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Schneidbrett. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Waldwerkschneidebrett. Das Holz zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Festigkeit und Härte aus. Dieses rustikale Holz ist äußerst stabil und wird dir viele Jahre lang Freude bereiten. Es ermöglicht ein schnelles Trocknen und eine elegante Aufbewahrung deiner Schneidebretter von Waldwerk. Halte deine Holzbretter immer griffbereit und einsatzbereit. Die Antirutschnoppen sorgen für einen sicheren, rutschfesten und stabilen Stand. Beachte, beim Vorbereiten deiner Mahlzeiten wirst du noch nie so viel Freude gehabt haben, dank der eingefrästen Saftrille. Diese fängt den Saft von Obst und Gemüse auf, der beim Schneiden entsteht. Keine Unordnung mehr auf deiner Arbeitsfläche oder in deiner Küche. Hier ist der Punkt Nummer 4, Molunda-Schneidebrett. Mit seiner unverwechselbaren Bambusmaserung, einer Dicke von 2 cm und außergewöhnlichen Festigkeit überzeugt es nicht nur optisch, sondern auch durch seine Langlebigkeit. Überzeugt von der Hochwertigkeit, bietet Molunda eine lebenslange Garantie. Die praktische Saftrinne verhindert das Auslaufen von Flüssigkeiten, während die Griffmulden ein müheloses Anheben und Tragen des Holzschneidebretts ermöglichen. Unser Schneidebrett aus Bambus ist von Natur aus antibakteriell, wodurch es unangenehme Gerüche neutralisiert, Bakterienbildung verhindert und leicht mit einem milden Spülmittel gereinigt werden kann. Das massive Bambus-Schneidebrett ist robust und bewahrt gleichzeitig die wichtige Schärfe einer Klinge. Die schonende Oberfläche des Holzbretts verlängert die Lebensdauer von Messern. Der Punkt Nummer 3, die Fuli-Schneidebrett. Das dreiteilige Kunststoff-Schneidebrett-Set besteht aus lebensmittelechtem PP-Kunststoff. Im Vergleich zu anderen Schneidebrettern enthält das Difuli-Schneidebrett keine Gummibeschichtung und hat keinen Plastikgeruch. Verwenden Sie es mit mehr Vertrauen. Um das Schneidebrett auf dem Arbeitstisch zu stabilisieren, bieten wir außerdem 36 kostenlose rutschfeste Silikonaufkleber an, die Sie auf die Rückseite des Schneidebretts kleben können. Unsere Tests haben gezeigt, dass das Schneidebrett auch auf nassen Arbeitsplatten nicht verrutscht. Das macht Ihre Schneidarbeiten sicherer. Das Schneidebrett aus Kunststoff und die rutschfesten Aufkleber bestehen aus hochtemperaturbeständigem PP-Material und Silikon. Sie halten hohen Temperaturen von 100 Grad Celsius stand und können in der Spülmaschine gewaschen werden, ohne dass Sie befürchten müssen, dass die rutschfesten Silikonaufkleber abfallen und das Schneidebrett verformt oder porös wird. Nummer 2 in unserer Liste, Necraftwood 2 in 1 Schneidebrett Alles in einem Zubereiten, Hacken und Servieren Entwickelt, um ein funktionales Schneidebrett für den täglichen Gebrauch zu sein Sowohl ein praktischer Metzgerblock als auch eine elegante Aufteilung Ihrer köstlichen Leckereien Hergestellt aus Bambusholz, besitzen unsere Schneidebretter Eigenschaften, die dazu beitragen, Kreuzkontamination von Lebensmitteln zu verhindern. Bambus ist eine erneuerbare Ressource und eine nachhaltigere Option im Vergleich zu Kunststoff- oder Hartholzalternativen. Genügend Platz für alle Ihre Schneidbedürfnisse Durch die Auswahl der Schneidebretter mit exquisiter Handwerkskunst, Haltbarkeit und einer moderaten Dicke können Sie eine funktionale und schöne Ergänzung für Ihre Küche genießen. Die Schneidebretter sind groß genug, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, ohne zu schwer oder sperrig zu sein. Die organische Bambuszusammensetzung dieser Bambusschneidebretter bietet eine glatte Oberfläche zum Schneiden und verhindert, dass Ihre Messer stumpf werden. Entworfen für mühelose Reinigung, einfach von Hand waschen Dank Ihrer tiefen Rillen an den Kanten eignen sich die Schneidebretter ideal für die Küche, um Fleisch und Fruchtsäfte aufzufangen. Die Nummer 1 in unserer Liste, LocoBird Schneidebrett Auf diesem besonders großzügigen Schneidebrett steht Ihnen ausreichend Platz zur Verfügung, um Gemüse, Obst und Fleisch mühelos zu schneiden. Ihr Schneidgut findet bequem Platz auf dem Brett und bleibt sicher an Ort und Stelle. Eine Seite dieses hochwertigen Küchenbretts ist mit einer Saftrille versehen, während die andere Seite glatt ist. Für jedes Gericht das passende Holzbrett Die spezielle Saftrinne mit leichter Neigung leitet entstehende Flüssigkeiten effektiv auf eine Seite des Schneidebretts. Im Vergleich zu einer durchgängigen Saftrille bietet dies mehr Platz zum Schneiden und ermöglicht eine deutlich einfachere Reinigung. Dank des antibakteriellen Effekts des Bambusholzes, der glatten Oberfläche und des durchdachten Designs lässt sich das Küchenbrett äußerst leicht säubern. In Sekundenschnelle ist alles wieder hygienisch sauber. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Schneidbrett unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.